Johannes Koller, auch Johannes Kollerus, war protestantischer Pfarrer und wichtigster Vertreter der frühen Hausväterliteratur. Leben Er war der Sohn von Jakob Koller. Nach dem Studium der evangelischen Theologie in Frankfurt und Rostock, wo er zum Magister promoviert wurde, lebte Koller als Prediger in Doberan und Pachim. Werk Er fasste die von seinem Vater gesammelten Schriften zusammen und ordnete sie zu einem immerwährenden Kalender. Später überarbeitete er die Schriften seines Vaters und gab sie zwischen 1593 und 1601 als sechsteilige Oekonomia oder Hausbuch heraus. Die Gesamthausgabe erschien im 17. Jahrhundert 14 Mal und wurde auch in andere Sprachen übersetzt. Seine Schriften umfassen nicht nur landwirtschaftliche Ratschläge und Rezeptsammlungen, sondern auch Verhaltensregeln. Diese Verhaltensregeln waren sehr lutherisch geprägt und wurden, nach seinem Tod, in späteren Ausgaben verändert. Sein Werk gibt heute einen umfassenden Überblick über das Leben vor dem Dreißigjährigen Krieg. Schriften M. Johannes Kolleri Anderteil zum Kalendario gehörig Punkt von vornehm großen Haushaltungen Paul Hellwichen Wittenberg 1607 Oekonomia ruralis e domestica Band 1 Mainz 1645 10 10 11 12 14 14 14 14